mein name ist frank bergholz seit sage und schreibe 29 jahren bin ich als dj frankie b am stige die start für veranstaltungen aller art und jetzt haben wir uns showagenten tv auf die fahne geschrieben wir haben so viel spaß und wir sind so viel unterwegs da haben wir uns die frage gestellt warum wir euch eigentlich nicht mitnehmen also das tun wir ab sofort ich habe mir auch eine erste live sendung auf die fahne geschrieben ein moderations marathon am kommenden samstag auf dem schlager olymp im freizeitpark lübars ab 12 uhr gibt es stündlich via facebook auf showagenten tv meine live moderationen ich sende direkt aus dem zuschauerraum sende aus dem vip zelt sende backstage mache interviews und renne darum quasi als harry hirsch der rasende reporter da fällt mir sicher auch noch ein passender name dazu ein ab 12 uhr geht es los stündlich auf facebook und immer um halb sende ich auf youtube live showagenten tv auch hier möglichst abonnieren und dann dürft ihr mich dabei beobachten bei der harten arbeit auf dem schlager olymp der zum fünften mal im freizeitpark lübars organisiert von olav schenk stattfindet das wird schon eine echte herausforderung also das sind 24 moderationen in zwölf stunden und live ist live da kann man immer nicht so viel verändern also motiviert mich kommentiert kritisiert mich wenn nötig auch aber von der motivation hat man halt mehr live ist live ungeschnitten ungeschminkt mittendrin statt nur dabei und ich wünsche jetzt schon viel spaß und gute unterhaltung wir haben hier noch jede menge zu organisieren jede menge zu tun und morgen vormittag berichten wir auch live von der pressekonferenz schlager olymp 2016 da könnt ihr ja gerne zum ersten mal mit reinschauen also die nervosität steigt die aufregung ist perfekt wir wünschen euch jetzt schon viel spaß und gute unterhaltung mit frankie b am stigge die start mitten drin statt nur dabei also hab spaß und sei dabei